Er wird nicht zurückgenommen. Sagten Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfatz. Wen? Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen? Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee entführen. Dann entlösen wir die Westfront. Ach, Sinner. Mein Fehler, neuer Verfehl. Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Ich bin mit mir ins Räume gekommen. Ich bleibe in der Augenstadt. Mein Führer. Kann und darf recht sein. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu übersprechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Steiner... 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 Steiner...